Unsere Kühe haben Freude am neuen Melchobotter. Wir haben seit vier Monaten eine Melchobotterlehrung, Astronaut, im Betrieb. Es geht sehr gut. Wir haben den investierten Laubstall sehr gut mit der Firma Leli planen und im Betrieb. Die Kühe sind viel ruhiger geworden. Sie akzeptieren den Roboter sehr gut. Und für uns ist es eine riesige Arbeitswirkung geworden. Den Roboter haben wir so angelegt, dass die Kühe den Stall gut auflüpfen, dass sie gerade in den Roboter hineinrollen. So haben wir in Holland jetzt auch neu gewählt. Der Standort ist so gewählt, dass er vor dem Stall ist und die Kühe den gerade Weg von den Roboter hinein kann. Das hat zur Folge, dass die Kühe den Gas viel weniger Stress haben. Und man hat das so gewählt. Was wir zusätzlich auch noch gemacht haben, wir haben sogenannte Abkalbeboxen, die frischkalbrierte mit einem Kalb drin sind, die separat vom Roboter herausselektioniert werden. Und wir haben noch einen Selektionsstall, wo man quasi Kühe behandeln muss, wo man Tierarztkontrolle macht, oder wo man Klauen behandeln muss, wo man die über die App eingeben kann. Und dann kann das die Kühe herausselektionieren. Und das ist eine Kühe.